Ich glaube, ich komme da doch dran. Ja, ich lasse es einfach mal. Ich meine, wir kommen da doch dran. Ich habe nämlich vergessen, nach oben zu drücken. So, abwarten und wegschießen. Also, hier hat sich auf jeden Fall was getan. Oh, Fliegedingsi. Du gehst jetzt erstmal weg hier. Ist hier drüben was? Ein Herz. Noch ein Herz. Zehn Leben haben wir schon. Nee, vorhin sind wir Game Over gegangen, ey. Das ist auch nicht wichtig. Will ich das haben oder nicht? Haben oder nicht haben? Ich glaube, nee. Nee, ich bin da rüber. Hier, rechts geht es weiter. Was ist hier drin? Ein Herz. Okay, die Herzen bringen zehn. Und die Gegner schätze ich mal ein. Weiß ich nicht, ich habe nicht darauf geachtet. Okay, hier können wir jetzt lockerlässig durchmarschieren. Ich habe Angst, dass hier unten irgendwas Böses jetzt auf mich wartet. Das war... Oh, fuck. Oh. 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 Wofür mache ich das hier? Wofür mache ich das hier? Toll. Hä? Was? Ja, toll. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Wie man vielleicht gemerkt hat. Gut, dass ich den Checkpoint genommen habe. Okay, da komme ich jetzt so nicht runter. Mal gucken, was hier oben noch drin ist. Ja. Hm. Oder wir gehen mal hier den Weg weiter. Vielleicht ist hier noch irgendwas Tolles. Ach, Mann. Diese dumme... Kacke. Ich konnte bestimmt nach oben. Aber wie soll ich das denn machen, wenn ich klein bin? Aber man kann den Gegner auch nicht einfach klein. Also nicht... Ups. Komm, hoch. Okay. Ja, das ist doch chillig. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich ihn besiege. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich ihn besiege. Ich weiß nicht, wie es ist, was ich procede. Hm. Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Ja. Geld, 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 Geld. 174 Münzen. Okay, es war doch nicht so schwer, wie gedacht. Äh, wir verzocken das gar nicht. Yo, 694. Haben wir das Fähnchen auch noch da unten? Ja, okay. Okay, weil ich hab gedacht, weil wir Game Over gegangen sind. Ähm. Dass das dadurch irgendwie weggegangen ist. Okay. Dann. Kommen wir nun zu den super tollen Neveln. Oh, ich vergesse jedes Mal dieses Kackeis. Kackeis. Komm, fick dich. Abwarten. Geduld ist hier Gold wert. Du kannst mir ja nix... Oh, Fliegedings. Ne, 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 ne. Ach man, ich will dich doch nur... Begepallen. Wär ich schon. Ähm. Genau, nur von vorne. Nein, ne, ne, fick dich doch, Mann. Ja, toll. Woher weiß ich jetzt, dass da oben kein Geheimgang ist? Sind wir überhaupt schon so weit hier gekommen? Ja, müssten eigentlich, weil... So. Erstmal alles abfackeln hier. Äh. Küsse ich bitte rum? Auf jeden Fall, wenn wir jetzt gleich den Secret Exit nicht finden, dann wissen wir ja, wo er ist. Der ist ja noch ziemlich am Anfang. Von daher mache ich mir da jetzt keinen Kopf drum. Oder hier oben, könnte er natürlich auch sein. Versuch's einfach mal so dahin zu kommen. Da ist mal nix. Aber das heißt nix. Ich hab grad ganz vergessen, dass wir das Fackel-Ding haben. Ah. Da war was. Ja, ja. Wo ich gedacht hab, dass es so... Ähm. Wo so ein P-Switch ist. Warum heißt der eigentlich P-Switch? Kein Fliege-Dingsy. Kein Fliege-Dingsy. Ne, ich verpiesel mich direkt. Watt. Ah, ich muss dieses Fliege-Teil von Anfang muss ich mitnehmen. Sonst geht das hier nicht. Weil ich schätze, dass das damit was zu tun hat. Hm. Wir kriegen das noch hin. Ach, ja. Ach, ja. Kuss 15. So. Da ist Eis. So. Hätte sich das Thema auch erledigt. Fantas. Und wir haben sogar ein Leben bekommen. Dö, 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 dö. Warten. Die Fliege-Dingsee darf nicht verloren gehen. Welp. Ich möchte das Geld haben. Nein, ich hab's nicht bekommen. Okay, wissen wir schon mal? Hier ist es nicht. So, guck mich an, guck mich an, guck mich an. Das war sehr gut. Da muss ich mich grad mal selbst loben. Das nehmen wir nicht mit. Ne, 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 ne. Wir bleiben beim Fliege-Dingsee. Weil besser. Weg. Ein Erz. So. Warte. Achso. Ich hab mich grad gewundert, warum der rumgefallen ist. Dann war's mir aber klar. Ich nehm ihn nochmal. Da ist nix. Da war was. Da war was. Da war was. Ah, wie soll ich denn da hinkommen? Ich hab' ein bisschen Angst hier. Ach, kacke ey.